Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst schön hier bei uns. Daddy? Jeder stirbt irgendwann. Als Mike Anseline seine Tochter verlor, war er vom Leben nach dem Tod besessen. Sie wollen bestimmt all unsere Spukgeschichten hören. Aber nach jahrelanger Suche glaubte er nicht mehr daran. Wollen Sie damit sagen, es gibt keine Geister? Ich habe noch nie einen gesehen. Nichts würde mich glücklicher machen, als Zeuge eines paranormalen Ereignisses zu werden. Gerald Olin, Manager des Dolphin. Ich hätte gern den Schlüssel von Zimmer 1408. In den 95 Jahren, in denen dieses Hotel besteht, gab es 56 Todesfälle in 1408. 56? Keiner hat dort länger als eine Stunde überlebt. Das erste Opfer, Kevin O'Malley. Ich schnitt sich die Kehle durch. Halten Sie sich nicht in diesem Zimmer auf. Das ist es. Hotelzimmer sind von Natur aus unheimlich. Es hat wirklich was Bedrohliches. Keiner hat dort länger als eine Stunde überlebt. Sie müssen sich schon mehr anstrengen, Olin. Das, was ich sehe, ist zwar real. Aber nicht so real, wie es scheint. Heilig. Aufmachen! Preis dich zusammen. Oh, Malley. Nein! Nach einer Geschichte von Stephen King. Hast du die Polizei gerufen? Sie sind im Zimmer 1408. Das Zimmer ist leer. Ich werde sterben. Ich habe sie doch vor Zimmer 1408 gewarnt. Ein Film von Michael Halbström. 요 da. Die Polizei gerufen.